Musik 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 Dass wir zusammenkommen mit den Forschern, die wir auszeichnen und mit denen wir alle gut zusammen die Forschung feiern und das werden wir hier an der Wissenschaft machen. Musik 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 Das, was mich an mich an impressioniert ist, ist die Gemeinschaft. Die Leute, die participieren, die Leute die da werden, werden engagiert. Musik 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 Wir sind in einem starken Zeit, wir sind in vielen Bereichen aktiv, in anderen wir sind in einem anderen Bereich, zum Beispiel ein breites Publikum, um sich austauschen zu können und zu sehen, dass alle gute Zusammenarbeit im Gespräch Die Unterstützung des FNR ist natürlich immer wichtig und in der Zukunft immer wichtig geworden. Einerseits hat es uns heute einen schönen Preise überreicht, andererseits ist es noch viel mehr wichtig, dass sie es schon seit Jahren unterstützen. Musik Musik Das ist ein sehr wichtiges Anerkennung und Wissenschaftlichkeit von unserem Projekt und Seriösität. Musik 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 Das FNR Award bedeutet wirklich viel. Es ist eine Coronation von vier Jahren von hartem Arbeit. Ich bin sehr froh, dass ich viele meiner Familie hier hatte, meine Freunde von Hause und es war sehr schön, diese sehr wichtige Moment mit ihnen. Musik 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 Für mich das FNR Award ist definitiv ein sign das ich werde, in diesem Sinne, definitiv. Und ich versuche auch die anderen zu gehen in diese Richtung. Das ist deshalb ich bin mehr glücklich, dass ich hier bin. Und vielen Dank für das. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020